Was kann ich noch sagen, außer dass der Präsident gegen einen Bomben gefahren ist? Du sollst es nie wieder machen. Mit anderen Worten, Sie dürfen sich ruhig amüsieren. Ich stimme ihm zu, ich stimme ihr zu und sogar Sam. Das kommt so gut wie nie vor. Trotz dem Sie bieten es zu beschäftigt, weil er wegen Steuerbetrugs angeklagt wird. Wenn er gefeuert werde, ist das so. Du bist sicher, dass er es tut? Mr. President. Was ist denn hier los? Ich habe gestern Nacht versehentlich mit einer Prostituierten geschlafen. Unfassbar, dass wir je eine Wahl gewinnen konnten. Www. Oder ist das? Www. Untertitelung des ZDF, 2020